Ja, dankeschön. Äh, wenn du steh und da... Ja, du wärst schon stehen. Nein, nicht dein Bunny! Warte... Eine Sekunde. Warte, ich kann gleich nochmal. Ach... Brennt Leo hin? Warte, dann wieder hoch, oder? Oder nicht? Nee, tag ich nicht nochmal hoch. Ich hab wieder irgendwelche Scheiße eingesammelt. Oh, dass ich's mitbekomme. Ihr Lizard, man. Die würden mir moschen. Ja, ey, läuft da noch weit auseinander jetzt, ihr blöden Wichser. Egal, ich fang jetzt einfach an. Nummer eins ist weg. Nummer zwei auch. Und Nummer drei. Ach, Tag. Leider, sie kommen noch in einem Erhalt sich hoch. Ich glaub, du kommst Geld von mir aus. Jetzt ist die Frage... Ja, der ist übrigens rot, ne? Werde? Der Rock of... Leg mich am Arsch. Nun stimmt. Oh, leu. Hm. Den Bären? Insekter. Hä? Ja, bei uns. Ah, ja, da. Okay. Rot sag ich. Ich sag rot. Ja, rot. Wir können's gerne probieren, aber den schaffen wir nicht. Überleg doch mal, auf welchen Level wir die gemoscht haben. Ja, der hat jetzt nichts bei mir zu machen. Ja, der hat ja auch gerade das. Aber was? Ich muss noch einmal. Ey Jonas. Okay, jetzt heilt. Warte, dass er noch ist. Nun muss geheilt werden natürlich. Okay, jetzt heilt er... Äh... Ich muss geheilt werden, natürlich. Der Fernkämpfer. Ja, irgendwie... Bei mir jetzt gereckt und dann konnte ich nicht angreifen. ok den zweiten auch noch war da kurz nicht angreifen dann lassen wir uns gehält werden ja klar ja die grommeling grimmeling die sollten wir noch gerade so schaffen das andere ich wollte noch auf das andere schlange auf einmal ist es weg ja das habe ich gemacht ich glaube ich mache am besten mit mir wo ist leo schon wieder ja ich komme sofort nur noch gelevelt ich hoffe nicht wieder ein swimming und hat es nicht um was für mich es gilt es da steht doch dann 1 egal dass ihnen das ich hoffe das führt er zu weit doch da steht wirklich nur 1 leo klickt einfach auf die bunten bildchen oder sieht schön aus ja welches bild ist am schönsten hier läuft in die falsche richtung ja wir laufen in die falsche richtung wenn leo hinterher geraten ich weiß man fehlt das ist schon die kuh weil die kuh 5xp bekommt die arme kuh in letzter zeit werden viel zu viele kühle geslayed ja ich muss sagen die slaynen im spiel zu wenig wenn es umgatt irgendwer ist was gesendet ok alex wahrscheinlich ich mache ich schon mal kurz was der junge geschrieben hat ja wie auf einmal so zwei andere neben mir stehen ich dachte ihr seid das auf einmal stehen irgendwelche weil ich euch gehört habe stehen so eine komische stück bei kopf neben mir die lieben übrigens leo für deine rüstung um die zu craften brauchst du das zeug was du aus bäumen bekommst ja ja naja hab ich gerade aufgesammelt auch gleich dreimal lakker normalerweise kommt ja noch holz raus ohja das ist mein Name also unser nächster nord ähm nordwestlich ähm warte jo you got it nordwestlich ne alpaka 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 du bist du auf nen anderes gegangen ne ich war ein bisschen langsam ne meins wenn da keine blauen dinger kamen genau da hat ich mich gewundert und ich dachte erst du musst dir ran aber dann hast du auch nicht auch jetzt wo es für die Strecke Wolken hinter dir ab Paul stinkt das mal weg ja ich glaube dass mich schon wieder mit Leo verwechselt und wo er ist nicht dass ich lieber nicht das ist egal also nicht über Leo über einen anderen Kumpel das hat sich lieber nicht im Let's Play ähm Paul weißt du warum wir übrigens keine Haare mehr haben keine Haare also ich hab noch genug Haare ich mein der Charakter stimmt wir haben keine Haare mehr ja die Haare ich bin traurig ja das ist das ist weil Leo dazu gebracht hat uns die Haare auszubauen denn ihr müsst wissen wir warten eigentlich den ganzen Tag darauf dass wir sich mal ausbauen und wenn man dann anfängt und dann wenn man dann mal aufnimmt dann will auf einmal doch und soll das was für ein Slime ja weil ich glaube der Leber für Slimes warte ich schau noch mal nach ich habe noch nie ein Slime gesehen glaube ich äh lol geht nie mit den Viechern Alter ich sehe gar nicht zu mir geht doch nein es geht kannst du halt gerade die Zettel in die Ecke gehen kann man sicherlich kommen äh Licht was mit der Hölle ähm was ich weiß nicht wo es größere Lampen gibt ich hab geguckt bei unserem anderen Account wo man auch ein bisschen höher gelevelt ist da gibt es so zu oh aber keine anderen Lampen also jetzt an die Zuschauer gerichtet ich check's nicht ich bin zu blöd ja das ist mir Paul ja aber wenigstens bin ich nur in dem Falle zu blöd und nicht allgemein zu blöd ja das ist Leos Job äh ja ja alle erst mal reinjumpen jupi 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 weiß auch nicht warum ist bei mir äh im Let's Play irgendwie nicht ganz so flüssig also wenn ich so zocke so mit Paul dann läuft's komplett flüssig und hier hab ich so ja du hast dir die Antwort schon selber gegeben uh eurer direkt am ersten Ding ist ja das Silber kann ich mir gleich geben du brauchst ja kein Silber mehr ne Schwach? doch für meine Ringe ja äh du benutzt ja keine Ringe naja ich brauch keine Ringe ja dann kann dann gib mir die einfach irgendwann oder jetzt was braucht ihr denn? ich brauch Gold außer psychologisch Hilfe Gold und Holz Gold und Holz was sagst du denn? das ist ein Maschrum? ja irgendein Maschrum war das ich glaub Amorwild kann ich auch noch verwenden ja dann hoffentlich hier sind Radieschlinge 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 die erinnert sich gar nichts aus kurzes Tauschgeschäft ja Holz brauche ich nicht äh ja Emerald guck mal nach ich wüsste nicht wofür ich das brauche ich brauche noch eine Cotton Kapsel aber das brauche ich glaube selber cotton ist für dich cotton ist äh dann diese Silk-Yan und Cotton-Yan das ist für mich Silk-Yan und Cotton-Yan aber das geh ich dir auch noch wenn ich mache ich mir neue was koche ich denn eigentlich Emerald Nugget ähm ist ist das sicher für dich? oh egal ich geb's hier immer mal wenn nicht gib's das in mir wieder gibt das hier alles ineinander